Ich habe gerade beim Flöschen meinen ExpressLRS Empfänger ruiniert. Das ist ein ExpressLRS mit 2,4 Gigahertz von iFlight. Und wenn ich das an Strom anschließe, dann sieht man, dass der ExpressLRS Empfänger hier dauerhaft blau leuchtet. Das heißt, der reagiert auf gar nichts. Auch wenn ich den mit gedrückten Knopf im Boot Modus starte, funktioniert der trotzdem nicht. Das heißt, ich kann den auch nicht direkt über Betafly. Über USB kann ich den nicht mehr neu flashen. Alles ab. Also benötige ich hier so ein FDDI Adapter. Den gibt es von BDFBV und da ist alles dabei. Die Kabel, der Adapter, der wird über USB-C am Computer angeschlossen. Dann kann ich mit dem ExpressLRS Recovery Dongle über der Computer den kleinen ExpressLRS Empfänger wiederherstellen. Ich habe jetzt hier den Empfänger ausgebaut. Da wird einfach nur die Schraube gelöst. Dann kann man den hier rausziehen. Jetzt nehme ich alleine den kleinen Empfänger und schließt den an den Recovery Dongle. Der hat hier so ein Kabel mit den Kontakten. Und so kann ich direkt hier mit den gefäderten Kontakten an die Stellen gehen ohne zu löten. Hierfür habe ich mir das Grundstoff hier bisschen abgemacht. Und kann jetzt mit dem aufspielenden neuen Firmware beginnen. Hier habe ich den Express Konfigurator 155. Wähle die aktuelle ExpressLRS Version 3.1.2. Ich habe einen iFlight Empfänger, also ein RX. Und wähle hier UART, da ich mit dem Recovery Dongle arbeite. Setze auf EUCE, weil ich in Europa wohne. Gegebenenfalls kann ich meine Binding Phrase aktivieren. Hier finde ich die serielle Schnittstelle zu meinem Dongle. Ich drücke jetzt auf den Boot Knopf und halte hier die Kontakte dran. Die Firmware wurde erstellt und er schreibt. Hier sieht man bei der LEDs leuchten. Fertig. Empfänger blinkt wieder, also ist alles in Ordnung. Ich schließe wieder den Empfänger an. Und er blinkt, also alles funktioniert wieder.